Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute hier in tierischer Begleitung. Das ist mein Hund Sugar, die unterstützt mich heute. Denn ganz viele von euch, die wollten unbedingt ein 20-Fakten-Video von mir sehen, einfach um mich ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Und deswegen habe ich mir hier ein paar Notizen gemacht und fange jetzt an, euch einfach meine 20 Fakten zu erzählen. Nummer 8. Ich habe 317 Paar Schuhe und 121 davon sind Sneakers. Fakt Nummer 9. Ich war schon auf 57 Flughäfen. Fakt Nummer 10. Ich liebe Fußball. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Frauen, die wirklich gern Fußball schauen, aber ich liebe einfach EM und WM. Ich wette sogar öfters auf die verschiedenen Mannschaften und einmal habe ich sogar schon Geld gewonnen. Fakt Nummer 11. Ich habe bereits auf 436 Toiletten gesessen, aber nur auf 372 davon ein großes Geschäft gemacht. Auf den anderen war nur Pipi oder Essen zurückbringen. Fakt 12. Ich pupse gern in Fahrstühlen und schaue dann entsetzt die anderen an, weil mir das keiner zutraut. Fakt 13. Gar nichts, denn hier fiel mir nichts ein. Fakt 14. In Wirklichkeit sind meine 20 Fakten nur 19, weil mir bei 13 nichts eingefallen ist. Fakt 15. Ich habe große Brüste und sehe echt süß aus. Zum Beweis gibt es ganz viele Fitnessvideos und Instagram-Fotos von mir in sehr wenig ganz engen Sachen. Schaut sie euch mal an. Und die Jungs dürfen auch gern onanieren. Ich sehe es ja nicht. Fakt 16. Ich erzähle euch in diesem Video 20 total spannende Fakten über mich. Fakt 17. Vanessa ist ein Edelfalter und Mariposa das spanische Wort für Schmetterling. Deshalb heiße ich so, weil ich als Kind immer gern Schmetterlinge gefangen habe und dann mit dem Bügeleisen geglättet und eingeklebt oder mit dem Feuerzeug in der Luft so angezündet. Puff! Oder einfach so auseinandergerissen. Das geht ganz einfach. Die sind voll schwach. Fakt 18. Kein Schwein interessiert sich für den Scheiß, den ich hier erzähle. Fakt 19. An 161 Tagen habe ich in der Schule gefehlt. Pro Jahr. Fakt 20. Ich habe bereits in 87 Sportwagen mindestens einen Popel in den Sitz geschmiert. So, meine Lieben, das war's auch schon. 20 Fakt gab's über mich. Ohne Sinn. Aber hübsch sah ich aus. Tschüssi. Eure Vanilla-Diposa. Tschüssi. Tschüssi. Musik 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 Vielen Dank.